Willkommen zurück zu Risen. Folge 75, oder Episode, wie ich es bevorzuges nennen. Wir rennen immer noch sehr planlos durch die Welt, aber das muss nicht mehr lange sein. Wir haben nämlich verschiedene Missionen, wie zum Beispiel Steuern einzutreiben, Kristallscheiben einzusacken oder Patty zu helfen, wo ich nochmal nachlesen muss, was ich genau mit Patty machen muss. Ja geil, hier steht's nicht mal. Warte, warte mal, ich kann ja mal einfach angucken, was ich machen soll. Also ich so da hinten auf dem Friedhof... Ach, renne ich schon wieder zurück zu Patty, zu Patty zurück? Und das war's schon. Na gut, dann rennen wir mal zu Patty zurück. Ich dachte, ich, ich müsste noch mehr Gräber aufnehmen, weil ich hab ja einen Grab geplündert. Ach, Scheiße. Ja, gut, ich, genau, ich würde schon mal das Inventar aufmachen. Oh, ja! Oh, ja! Ja! Ähm, ich würde noch mal zu Patty zurücklaufen. Ich dachte eigentlich, ich muss noch mehr als einen Grab leerräumen, weil ich hab ja noch verschiedene andere Tore gesehen. Ich hab zwar keine Ahnung mehr wo, aber... Aber... Wie ist das launisch? Ach, naja... Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ach, wie schön! Wie die Vier sind nicht wehren können. So, handelt der Typ da vorne ein? Oh, ja! Haben die Rekruten eigentlich... Haben die Rekruten eigentlich irgendwelche Chancen gegen die schwarzen Wölfe? Probier's woanders! Hab ich das Buch schon gelesen? Quick Save? Ich hab grad keinen Schleichenring an. Was? Ich wurde auch schon zugetackert und geklebt, deswegen geh ich lieber zum Arzt als zum Schreiner. Rudolf... Ach so? Sollte ich? Severin schickt mich. Ich soll mich bei dir melden. Sehr gut. Und? Was hat er gesagt? Schickt er endlich Verstärkung oder was? Nein. Er sagt, er könne nicht. Er habe selbst im Moment genug Probleme. Ach, verdammt. Ich hab's geahnt. Er lässt uns einfach hängen. Da hilft wohl nur eins. Wir müssen schneller arbeiten, sonst sind wir bald alle Fischfutter. Danke für die Nachricht. Hier, nimm diese Tränke. Du wirst sie brauchen. Der nicht? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, ja, gewiss. Severin schickt mich, aber ich, ich hab, hab ich dachte, ich hätte die Quest schon gemacht. Oder hab ich schon in die Nahe zurück gemacht? So, warte mal, war ich hier jetzt eigentlich schon mal drin? Später vielleicht. Nee, hier war ich bestimmt noch nicht drin, oder? Wollen wir mal die Ordenskriege vorstehen? Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich hier mal zwischendurch noch mal reingelaufen bin. Ach doch, klar war ich hier drin, ne? Ah ne, war ich nicht. Das ist das, das andere Ding, was das Magierteil war, ne? Genau, das war das hier. Mit der Telekinese Kugel. Nichts Neues. Warte, war ich hier doch schon drin? Ich war ja schon, ne? Warum genau? Sollten wir noch mal diesen Schalter hier drücken? Naja. Ich war hier schon mal drin, aber wie denn? Ich bin bestimmt da beim letzten Mal direkt reingelaufen. Na gut, dann brechen wir mal wieder aus. Warum auch immer eigentlich eigentlich. Was ist wirklich denn nur der Deckenschalter? Ich fand mich übrigens wirklich, wie die immer die ganzen Schätze haulen hier eigentlich. In diesen Höhlen. Weil mal, wenn ich hier reingehe, finde ich so anderthalb Räume, wenn es hoch kommt, vor. Wo es irgendwie schwer glaubhaft ist, dass sich da irgendwie großartig Schätze verstecken, nicht wahr? Ich habe da in diversen Verletzungen. Meine größte Operation war meine Weisheitszahn-Dingensgeschichte. Und das war relativ freiwillig. Bis dahin habe ich es sehr vermieden, um wie krank zu werden. Oh, und ich habe auch nie irgendwie einen Vereinssport oder so mitgemacht. Ich war mal im... Ich habe mal Schach gespielt für ein paar Wochen. Aber irgendwie war das nichts. Könnte an mir hier liegen haben. Naja. Aber so richtig so Jugend... Fußballjugend oder so nie gemacht. So, Patty, grüß dich. Warum leuchtet das denn hier schon wieder so? Ähm... Ähm... Wegen der namenlosen Gräber. Du hast recht. Die Gräber enthalten tatsächlich Hinweise. Ha, wusste ich's doch. Tja, ich kenne meinen Vater. Was hast du gefunden? Äh... Korgan? In diesem Hinweis hier schreibt dein Vater von Korgan. Er hat offensichtlich mit Stahlbart zusammengearbeitet. Der Name kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor. Kann sein, dass ich ihm sogar schon einmal begegnet bin. Gute Arbeit. Weiter so. Ach, toll. Jetzt habe ich nur Bericht erstattet, aber es gibt noch mehr Gräber. Und ja, das ist... Ach, ich gehe immer abhetzen. Ich mag Robanoff eh nicht. Romanoffs Leute sind uns auf den Fersen. Ich weiß. Seit ich die Stadt verlassen habe, folgen sie uns. Ich könnte schwören, sogar Romanoff selbst vorhin kurz gesehen zu haben. Als er bemerkte, dass ich ihn sehen kann, war er wieder im Dickicht verschwunden. Ich sag dir, die Mistkerle führen irgendetwas im Schilde. Sei bloß vorsichtig. Hörst du? Aha. Was kannst du mir beibringen? Kann sie mir was beibringen? Ach so, Akropatik, ja. Ich glaube, ich werde Schmieden lernen. Aber es bringt mir halt auch nichts, das Bastardschwert zu haben. Ob wir Schmieden haben... Wenn du das mal kannst, dann kannst du das, ne? Das kann ja keiner mehr wegnehmen, die Fähigkeit. Zumindest so schnell nicht. So. Unabhängig davon... Wenn sie meinten, sie hat Romanoff vorhin irgendwo... Nichts. Mir fällt gerade so ein, dass ich vorhin an einer Goldader vorbeigelaufen bin, weil ich meinte, ich müsste noch schnell diesen Sehgeier da umhauen. Und dann habe ich mir die Goldader nicht geholt, ne? Ah. Das war halt gefährlich. Okay, gut. Dann... Mal auf die Karte gucken. Ja, die Quest führt mich jetzt wieder zu Patty zurück. Das ist halt ein bisschen dumm, ne? Weil... Das hilft mir nicht weiter. Ich weiß nicht, wo diese anderen Gräber so sind. Ich glaube, eins ist vor der Stadt. Ich teleportiere mich da mal hin. Da war doch auch so eine Truhe, die ich ausgebuddelt hatte, wo ich nichts drin gefunden habe. Ähm... Haftstadt. Mal sehen, wo ich da rauskomme. Herzopäe hinterm Gehirn. Ach du Scheiße. Das klingt jetzt nicht so geil. Bin... Ach jetzt hier bin ich hier in der Stadt bin ich. Früher als Kind... Habe ich mir oft Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn man sich so durch die Welt teleportieren könnte. Und du so... Wie zum Beispiel so Morowind. So einen Ort markieren kannst, an dem du dich wieder zurück teleportierst. Und... Da habe ich mir viel Gedanken um das Problem gemacht. Wie wenn es schon was ist an der Stelle, wo du dich hin teleportieren willst. Tauscht du dann die Position? Weil... Wie funktioniert das mit partiell? Also... Tauscht halt nur... Das wo... Wie groß du bist tauscht die... Tauscht die Seite? Ich bin... Sicher. Schön wie sie sicher sagen. Kein Zweifel, kein Ding. So... Sicher. Oder... Oder ist das eine Bubble, die getauscht wird. Und das hat mir viele Sorgen gemacht. Ach... Mein Jugendliches... Ich war ein Träumer. Und ich lag vielleicht zu sagen, dass ich viel Fahrrad gefahren bin. Bei Fahrradfahren kann man wirklich viel nachdenken. Gerade wenn man so langweilige Dorfstrecken fährt. Wo ich mir persönlich noch nicht vorstellen könnte, freiwillig Fahrrad zu fahren. Also so als... Nur so als Sport. Ich hab das halt gemacht, weil ich in so einem drecksöden Dorf gewohnt hab. Wo du halt nicht wegkommst, wenn du nicht Fahrrad fährst. Außer zu Fuß. Was halt noch länger dauert. Aber ansonsten... So... Muss Fahrrad fahren? So... Keine Ahnung, ob ich die Träume hier schon mal gepündelt hab oder nicht. Aha! Aha! So, warte mal. Auf den Gräbern stehen nun Kräuter, die den Namen der Meutra tragen. Nur das eine Grab trägt den Namen eines alten Säufers. Den Korgern in Aschandor einmal ausgeraubt hatte. Ob er heute noch so stolz darauf wäre? Ich werde es nie erfahren. Aschandor. Das Witzige ist... Ich hab ja irgendwann mal kritisiert, dass wir immer noch nicht wissen, dass die Insel ja vorangeheißen wird. Aber andere Orte haben Namen. Die Meutra 3. Ja, es gibt noch... Es gibt fünf Stück insgesamt. Da haben sich auch in Zukunft niemand an meinen Gold zu schaffen. Macht kann schnell die tödliche Falle auf, die jeden auf Anhieb tötet. Der versucht, meinen Schatztruhe zu öffnen. Dieser Trick war eigentlich immer Barnabas Markenzeichen. Dass er einmal selbst das gleiche Schicksal wie seine Opfer leiden würde, wäre ihm sicher im Traum nicht eingefallen. Barnabas. Ja, das spricht viel dafür, dass die einzelnen Namen wie ein Hinweis sind, ne? So, da war eine weitere Truhe. War, glaube ich, bei dem... Bei dem Sohn, oder? War denn hier noch so ne Tour? Haben wir hier nicht irgendwie schon mal einen Weg gefunden da oben und... Ach ne, warte, das ist gar keine Ruin, das ist die Rückseite von der Festung. Jetzt seh ich das erst. Naja. Aber das ist safe. Hier sind ja auch wieder Wölfe. So. Ja. Ja. Trotzdem kommen die dann her wieder. Also ich... Bin mit ziemlich jedes pro Kapitel Leute wie spawnen. Ähm. Boah, ein bisschen ärgerlich jetzt, ne? Noch ärgerlich ist das eigentlich, sind die Truhen, von denen ich nicht weiß, wo sie sind. Ein paar habe ich ja schon gehoben. Na, wir laufen einfach mal in grobe Richtung Osten. Das... Da kommen wir schon irgendwo an. Soll ich erstmal ein bisschen was hier... Nicht witzig, dass wir noch keinen... Keinen anderen von der Piraten-Crew gefunden haben, außer Vasili. Wahrscheinlich bin ich dafür zu wenig kreativ beim Abbiegen. Hat der Vulkan schon immer so viel gebrannt, wie er jetzt tut. Also war da schon immer so ne Flamme am Horizont. Ist mir bis dato noch nicht aufgefallen. Ob das so gut für den CO2-Gehalt der Welt ist. Aber trotzdem, dass die riesengroße Starter da oben scheint, heute keiner hat, ist jetzt noch keiner. Und wir nur noch ein Wort erwähnen, ne? Dass da quasi ein halber Mensch steht. Schweine. Kann ich die auch aus der Entfernung umhauen? Ne. So. Oh, das haut die instant um. Das ist ja nice. Ist doch geil, wie schnell das Schweine nicht hochkommt. Von ich suhle mich im Dreck zu. Aha, kampfbereit. Dich hau ich um. Ne Wölfe. Alter! Ja klar. Ach man. Das nervt. Du springst ran an die Viecher und machen die herum. Vorhin gerade die kleinen Wülfen müssten ja eigentlich... Genau die Wildschweine. Sofort down. War ich hier schon? Hier war diese Schlucht, wo ich mich heldenhaft drüber geschwungen habe. Da unten ist eine Truhe, aber die hatte ich glaube ich schon. Das ist ja keine Schatztruhe, also die ist auch nicht richtig. Ich muss mal kurz den Namen unterschreiben. Korgan, Barnabas. Was ist denn das hier noch schönes? Aha, hört, hört. Drei Stunden, den Spät hier. Ah ja, auch eine Petty-Truhe. Brief von Captain Stahlbart. Hey, und ein Trank der Geschickigkeit. Das hat sich ja nicht ziemlich gelohnt. Also die Petty-Quest nicht zu machen wäre absoluter Wahnsinn, ne? Nur die eine Truhe ist ungefährlich. Allerdings auch nur, wenn man weiß, welche Truhe es ist. Und wenn man meinen Dietrich besitzt. Um Taras tut es mir ehrlich gesagt einfach nicht leid. Er war ein guter Mann. Taras. Hm. Warte mal, da sind noch Zahlen dran, ne? Moment. Das ist die Nummer vier, ne? Taras ist die vier. Korgan ist die fünf. Und der hier war die drei, ne? Barnabas. BKT. Naja, das ergibt schon mal kein Wort. Sein ist es mit BKT. Dann ergibt es doch ein Wort. Logik. Dann war aber hier, glaube ich, keine Tour. Wir sind doch hier in der Nähe von der Hütte von dem Typen, oder? Ja, das war hier. Ich dachte, hier im Garten hätte ich auch einen aufgewühlt. Ich weigere mich herumzurennen. Das muss doch so gehen. Es geht immer irgendwie so. Marvin surft immer noch? Ei, guck mal hier. Ich brauche mehr Informationen über deine Umtoten. Zeig mir mal auf meiner Karte, wo genau die zerfallenen Burgen sind, die du kennst. Hm. Lass mich drüber nachdenken. Also eine ist nicht weit von hier im Norden und zwei an der Westküste. Da war ich schon. Hm, Moment mal. Also eine könnte noch an der Südküste und eine im Osten sein. Aber das ist nur geraten. Ich zeichne es dir trotzdem mal auf deine Karte. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Südküste und Osten. Na gut, erzähl mal, was du denn durchkennst. Ich habe einem untoten Burkern diesen Vasallenring abgenommen. Er sieht genauso aus wie deiner. Dann könnte es tatsächlich mit meinem Ring zu tun haben, dass die Untoten mich aufsuchen. Zumindest ist das schon mal ein Hinweis. Oh Mann, hätte ich dieses verdammte Ding bloß nie angefasst. Such bitte weiter. Wo einer ist, sind bestimmt auch noch mehr. Tja, was ist man? Scheint so, als ob nur untote Burgherren einen Vasallenring haben. Außer bei dir habe ich sonst nirgendwo einen gefunden. Was kann das bedeuten? Ich vermute, dass dein sprechender Geist Patroskon den anderen Burgherren diese Vasallenringe gab, um sie damit kontrollieren zu können. Aber irgendwas ist dabei schiefgelaufen und hat sie allesamt zu Untoten gemacht. Ob er am Ende selber zu Patroskon wird, wenn ich komme, weil ich natürlich zu spät bin? Alles, was ich habe. Und wie viel ist das? Es wird sich für dich lohnen, versprochen. Das will ich hoffen. Untote sind ganz schön harte Mistkerle. Mhm. Was ist mit Patroskon? Wo könnte der sich verstecken? Wenn ich das bloß wüsste. Jetzt komm schon. Denk mal nach. Hm. Also wenn er mir nachts erscheint, kommt er meistens aus dem Osten. Aber da ist nichts. Nur ein großer Fels. Hm. Naja. Aber auch eine Höhle. Dort könnte dieser Unheult sich versteckt halten. Ich zeichne es dir mal auf deine Karte. Alles klar. Mir fällt gerade so ein, ich könnte noch dir eine Rune holen. Auch wenn es mir so an sich nichts bringt, das Ding zu holen. Aber ich könnte halt, weil ich jetzt Levitationsrollen habe, ich habe jetzt ja doch schon ein paar mehr. Drei, glaube ich. Oder? Naja, ich habe sogar sechs. Ne, das ist schon heil. Schlagermasch. Vier habe ich so. Haha. Ähm. Oder hätte ich eine Rune mehr? Und ich brauche die ja nicht für den Rückweg, weil ich kann mich einfach zurück teleportieren, was praktisch ist. Warum man nicht immer dieses arme Burno-Fail mit dem Bier-Rosa-Hut? Lieder. So, ein paar draus kommen. Osten, Süd, Küsten. Aber da waren wir noch nicht. Das Autoscaling funktioniert langsam besser. Kannst du das wählen, wie groß die Mütze ist? Oder erkennt es das in irgendwelchen Details? Vielleicht können wir mir vorstellen, dass irgendein Algorithmus durch die Ohren überworfen wird. Ich mag das Burno-Fail. Es hat eigentlich so wenig Pixel, aber trotzdem erkennt man alles, was es muss. Liebe YouTube-Zuschauer, es handelt sich um ein Twitch-Emote, das man kriegen kann, wenn man meinen Twitch-Channel für nur 12,99 Euro. 4,99 Euro subscribt. Es ist ein sehr gutes Emote. Und es drückt viel aus. Obwohl ich das andere, das Burno-Jumpy ist, ist fast Trolliger, finde ich. Weil das ist halt so ein... Mir ist doch alles egal. Warte mal, habe ich die Fieger schon mal umgehauen? Oder bin ich an denen letztes Mal gestorben? Letztes Mal bin ich an denen gestorben, oder? Ach, das ist eine Asche-Bestie. Okay, weil ich weiß, was das ist. Ich habe mich mal in eine verwandelt. Wir können ja gar nichts. Bei meinem Hund ist der ganze Kuppenhut. Das ist cool, oder? Wir haben eine Asche-Bestie besiegt. Easy. Aber jetzt weiß ich nicht richtig, warum. Jetzt weiß ich immer wieder, was eine Asche-Bestie ist. Ich habe mich, wie gesagt, schon mal in eine verwandelt. Na gut, wir suchen mal weiter nach den... Nee, Trouje, habe ich die letztes Mal geplündert? Nein. Kochrezept. Könnte ich sogar machen. Und 169 Gold. Warum auch 169 Gold? Genau. Komische Zahl. Wie dem braucht es sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann wieder so Rissen macht, bis dahin. Ich wünsche euch was. Ciao.